Viele Bilder, die ich derzeit sehe, die machen mich tatsächlich sehr, sehr traurig. Ich sehe Bilder von Menschen, die auf den Knien um Vergebung bitten. Ich sehe Bilder von Menschen, die auf dem Boden liegen, sich selber wehtun, sich klein machen und um Vergebung bitten. Ich wage zu behaupten, dass diese Menschen, die das tun, die dort auf Knien sitzen, die sich teilweise sogar anketten lassen, die auf dem Boden liegen, mit den Händen über den Rücken gekreuzt, ja, es soll ein Symbol sein, aber ich wage zu behaupten, dass all diese Menschen, die das tun, womöglich noch nicht einmal einer Fliege etwas zu Leide tun würden und womöglich auch in keinster Weise, dasjenige tun würden, wofür sie gerade da um Vergebung bitten. Es ist symbolisch. Aber ich bin ziemlich schockiert über diese Bilder, weil diese Bilder machen keinen Sinn. Sie ändern nichts an der Sache. Und das Bewusstsein ist gerade bei diesen Menschen ja schon extrem stark da. Das Bewusstsein, dass das, was da geschehen ist in den USA, dass das sich nicht wiederholen darf, dass wir das beenden müssen. Ja, auch das Bewusstsein, dass wir alle gleich sind. Die Menschen, die da auf dem Boden liegen, denen ist das bewusst. Da bin ich mir ziemlich sicher. Es macht mich traurig, weil ich dann denke, wieso können diese Menschen keine Freude mehr erleben? Wieso können diese Menschen sich nicht freuen? Weshalb? Kann man sich nicht umarmen und gemeinsam tanzen und gemeinsam darüber froh sein, dass man lebt, dass man auf dieser Erde sein darf, dass wir alle gleich sind, dass wir alle gemeinsam, ja, das, was wir zurzeit auch durchmachen müssen, dass wir alle gemeinsam dahin durchkommen. Nein, stattdessen gibt es jetzt noch ein zusätzliches, zumindest in der westlichen Welt, großes Problem. Ein Problem, welches über Jahrhunderte gewachsen ist und welches wir alle kennen, aber wo es auch viele, viele Menschen gibt. Ich kenne zum Beispiel in meinem Freundeskreis überhaupt niemanden, der so denkt, also der wirklich andere Menschen diskriminieren würde. Im Gegenteil, ganz im Gegenteil. Es ist traurig, dass Menschen sich vor dieser Karre spannen lassen. Und dann sehe ich vor allen Dingen auch junge Menschen, aber auch Menschen in meinem Alter, die schreiend durch die Straßen laufen, die demonstrieren, die wirklich Parolen haben, die nicht sehr freundlich sind und die auch nicht sehr friedlich sind und die auch nicht wirklich Mut machen. Und dann denke ich immer, wenn ich das sehe, fangt bei euch selbst an. Man muss bei sich selbst anfangen. Erstmal muss man sich selbst lieben. Ja, das ist das Allerwichtigste. Man muss sich selbst lieben. Man muss sich selbst gerne haben, ehe man andere Menschen lieben kann. Und weshalb kann man nicht sich freuen und sagen, ich gehöre zu den Menschen, die so etwas nicht tun. Ich gehe jetzt raus und umarme. Ja, es ist Corona-Zeiten. Dann kann man ja womöglich auch mit den Ellbogen umarmen, wenn man Angst hat vor diesem eigenartigen Virus. Aber es ist ja auch zum größten Teil schon nicht mehr da. Ja, womöglich darf man sich auch wieder umarmen. Ja, wenn man die Leute etwas besser kennt, aber ansonsten womöglich nicht. Man sollte Freude, gerade in der jetzigen Zeit, gerade in der jetzigen Zeit, wo alles so schwer ist, wo viele Leute auch tatsächlich ihre Jobs und noch mehr verlieren, sollte man Freude vermitteln und nicht noch obendrauf noch eins draufsetzen. Wir lassen uns immer mehr in diese Richtung treiben, wo wir unsere Freiheiten verlieren, wo wir es selbstverständlich finden, Masken zu tragen, Abstand zu halten. Wir lassen uns immer mehr unsere Freiheiten nehmen. Wo endet das? Ja, ich habe ja schon oft über dieses Buch 1984 berichtet und ich habe jetzt angefangen, es nochmal zu lesen. Und es ist wirklich ein, wenn man möchte, ein Eye-Opener, weil man auch wirklich sieht, was hier gerade abläuft. Wir sind dabei, unsere Freiheiten zu verlieren. Aber wir sollten sie uns wirklich nicht nehmen lassen. Wir sollten uns die Freiheiten nicht nehmen lassen. Ein interessanter Vergleich ist da dann auch der Mensch im Vergleich zum Tier. Es gibt auf diesem Planeten nur eine einzige Spezies, die bereit ist, für das, was sie bekommt, die bereit ist, für das, was sie nötig hat, zu bezahlen. Es ist wirklich wahr. Es gibt keine Tierart, die bezahlt für Nüsse, die sie finden, für Essen, welches sie finden, für das Gras, welches sie fressen, für die Höhle, in der sie leben. Ja, das ist nur der Mensch. Und der Mensch ist inzwischen sogar bereit, für die Luft zu bezahlen, CO2-Zertifikate, für frische Luft zu bezahlen. Auch für Wasser zahlen wir Geld. Wir zahlen praktisch für alles, was wir nutzen, Geld. Wir sind bereit dazu. Wir machen das. Ja, das ist das System. Es geht nicht anders. Es ist auch so, dass einige mehr haben als andere. Einige werden halt auch immer reicher, gerade jetzt in der Krise, die wir jetzt haben. Es sind auch einige wenige, sehr, sehr wenige, die aber dann sehr, sehr wenig, aber sehr, sehr wenige, die sehr, sehr viel Vorteil haben. Ich hatte ja das Video auch gemacht zu den Tech-Giganten, die halt auch finanziert werden, also Investitionen von großen Firmen haben und halt auch einige wenige Superreiche, die gerade zum richtigen Zeitpunkt darin investiert haben. Und wir machen uns immer mehr abhängig. Ich hatte ja auch dieses Video zur Technik gemacht. Immer mehr machen wir uns abhängig von der Technik. Nicht die Technik dient den Menschen, sondern inzwischen hat man mehr und mehr den Eindruck, als, ja, als dient der Mensch die Technik. Dazu übrigens auch ein Leserbrief, den will ich mal ganz kurz, oder eine Leser-E-Mail will ich kurz vorlesen, weil die passt sehr gut. Hier schreibt ein Zuschauer, hallo liebe Claudia, zu deinen Video-Pessimisten oder Optimisten. Die Technik entfremdet den Menschen, ja, aber weil der Mensch die Technik falsch anwendet. Technik ist nicht ein und für sich nicht schlecht. Ja, das ist richtig. Ich wurde aus Überzeugung Programmierer und habe 20 Jahre als solcher gearbeitet, nur um zu sehen, dass Technik missbraucht wurde, damit Maschinen die Arbeit an unserer Stelle erledigen. So verlernen wir die Tätigkeit und überlassen auch der Maschine die Verantwortung. Ergebnis Der Mensch verdummt. Beispiel Würdest du ein selbstfahrendes Auto benutzen? Ist echt bequem. Kannst was anderes während der Fahrt machen. Auch ein Glas Meer abends unter Freundin sei dir gegönnt. Damit vertraust du aber dein Leben einer Maschine an. Und ich sage dir als Programmierer, ich würde es nicht tun, auch wenn ich dieses Auto selbst programmiert hätte. Es fängt aber schon früher an mit dem Navi. Bequem, oder? Damit zeigt dein Navi, wohin du weißt aber nicht, wo du bist, wodurch er dich fährt. Du hast selbst eben die Strecke nicht überprüft. Wozu denn ein Navi? Aber wichtiger, du verlernst auf Dauer selbst den Weg zu finden. Das ist eine sehr schöne Symbolik. Die Technik führt dazu, dass wir es verlernen, nachzudenken, dass wir nicht mehr nachdenken. Und dass wir es verlernen, selbst den Weg zu finden. Das ist eben der Punkt. Maschinen sollten unsere Arbeit erleichtern, nicht die an unserer Stelle machen. Nochmals vielen Dank für deine Aufklärung und Ermutigung. PS. Ich verzichte, meinen richtigen Namen einzutragen. Nicht, weil ich dich misstraue, sondern weil ich die Regierung nicht traue. Zu oft wurden Daten durch illegale Durchsuchung, Konfizierung geleakt. Ja, da hat er natürlich ganz recht und ich finde es auch wunderbar, dass er schreibt, dass wir also immer mehr den Weg auch verloren haben. Wir haben auch den Weg zu uns selbst verloren. Wir haben den Weg verloren, uns darüber zu fragen, nachzudenken, weshalb wir überhaupt auf dieser Erde sind. Weshalb sind wir auf dieser Erde? Weshalb haben wir Kinder? Weshalb haben einige Enkelkinder? Was wollen wir aus unserem Leben machen und überhaupt? Ja, was wollen wir der Nachwelt hinterlassen? Sind wir einfach nur da, um eine kurze Zeit hier zu funktionieren und zu konsumieren? Wir konsumieren, statt zu produzieren. Also mit produzieren meine ich jetzt wirklich etwas Wertvolles zu produzieren. Womöglich mit den Händen noch einen Kuchen zu backen oder in der Erde zu wühlen, zu pflanzen oder aus einem Stück Holz noch etwas herzustellen, zu produzieren. Aber auch aus unserem Herzen, auch aus unserer Seele. Unsere Seelen in den Menschen, ich habe den Eindruck, unsere Seelen verkümmern. Und im Augenblick, gerade wegen dem, was stattfindet, verkümmern sie immer mehr. Ja, ich sehe wirklich, Entschuldigung, dass ich es so sage, mehr und mehr Zombies um mich herum, die überhaupt nicht mehr nachdenken. Menschen, die nicht mehr nachdenken, die überhaupt nicht mehr wissen, ja, weshalb sie hier sind, wer sie sind, die nicht bei sich selbst anfangen. Und das ist, und ich glaube ja wirklich, dass also die Zuschauer hier, dass das alles Menschen sind, die wirklich sehr, sehr gut nachdenken. Und dass es auch Menschen sind, die anfangen bei sich selbst. Denn es fängt immer bei einem selbst an. Übrigens, auch das ist mir jetzt in der Krise aufgefallen. Es heißt immer, wir müssen unsere Natur mehr respektieren. Wir müssen weniger konsumieren. Wir müssen auch viel, viel bewusster mit allem um uns herum umgehen. Aber gerade die jetzige Krise führt dazu, dass wir irrsinnige Mengen mehr an Plastik, an Masken, an Plastikhandschuhen, an Papier, an Papiertücher, an Desinfektionsmittel in Plastikflaschen verpackt. All diese Dinge, also ich habe so den Eindruck, dass gerade durch diese Krise extrem viel mehr zum Beispiel auch Verpackungsmaterial, Hygienematerial, Papier, Plastik und so weiter verbraucht wird. Auch durch das veränderte Konsumverhalten. Amazon hat ja richtig gut zugelegt jetzt in der Krise. Alles wird bestellt im Internet. Man kann von zu Hause aus bequem alles bestellen. Das kommt in riesige Kartons. Die Produkte, die da drin sind, sind nochmal umwickelt und verpackt und nochmal mit Plastik und nochmal extra geschützt und, und, und. Es ist alles viel, viel mehr Verpackungsmaterial, was wir auf diese Art und Weise verbrauchen. Und alles, egal ob das jetzt Plastik ist, Plastik ist Öl, aber Papier ist Holz. Ja, es ist recycelt zum Teil. Aber zum Recyceln, Recyceln ist eine sehr aufwendige Sache. Das heißt ja nicht, dass einfach aus einem alten Karton ein neuer Karton gemacht wird. Nein, der wird erstmal eingestampft beim Altpapier und dann wird er sehr, sehr aufwendig zu neuen Kartons wieder hergestellt. Also es ist auch wieder ein Verfahren und es kostet natürlich auch wieder Ressourcen und auch Energie. Das sollte man sich auch wirklich gut überdenken. Es ist nicht alles so einfach, wie es aussieht. Und es fängt bei uns selbst an. Wir müssen anfangen nachzudenken. Unser Verstand wird leider mehr und mehr, wenn man so will, missbraucht, um uns auf die falsche Pferde zu führen. Nein, wir müssen uns nicht auf Knien, auf die Straße legen. Und wie gesagt, gerade diejenigen, die das tun, sind meiner Meinung nach die besten Menschen, die das überhaupt nie tun würden. Und wir müssen bei uns selber anfangen zu denken und auch zu handeln. Und es fängt bei uns selber auch damit an, dass wir wirklich anfangen und bereit sind, uns zu lieben und bei uns selbst Freude zuzulassen. Auch in diesen Zeiten. Auch in diesen Zeiten.